Hallo, Herzlich Willkommen zurück zu Battle Prelude und ähm... Let's euch haben... Ich bin nicht gerade... Was ist Leid ich meine? Das Spiel ist an sich laut, aber im Hintergrund hört man die Neu- äh sie reden und zwar... Ähm... Auf jeden Fall, äh... Willkommen in der Testkammer Nummer 12. Ich bin Peter. Ich denke Mike hat Ihnen von mir erzählt, oder? Ja, das ist richtig. Lassen Sie mich Ihnen vorstellen. Ich bin Peter. Ich arbeite seit 18 Jahren hier und bin nicht treu hier zu sein. Oh Gott, bitte nicht schon für diese Leier. Du hast es. Äh Prozent Kollege, ich bin wegen dir hergekommen. Was er jetzt nicht froh hier zu sein. Ach geil. Wie cool, dass es so rausleuchtet. Das ist gut gemacht. Wie cool, dass ich nicht so rausleuchtet habe. Ich bin so rausleucht. Ich bin so rausleucht, dass es so rausleucht hat. Ich muss einfach nur wieder warten. Und wieder durch. Weißt du warum wir fest sind? Was willst du damit sagen? Ich meine, jeder angestellt den Kopf hat Spaß? Bring dir doch damit alle außer wir. Wir sind hier, weil viele Leute brauchen und Experimente damit aufhalten. Und warum wir? Ich nehme an, es hat nichts zu tun, weil wir keine Töchter haben, meinst du nicht? Ja, naja, kann sein. Ach so, die, also das heißt irgendwie gerade sind die, keine Ahnung, beschäftigt. Ich weiß nicht genau. Und... So, vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt genau so richtig. Und jetzt gehe ich quasi rein. Dieses Portal. Und das wäre auch einfach. Vielleicht das andere wollte ich da eigentlich hinschießen. So. Und rüber? Ach. Und wieder rein. Und wieder hoch. Und darauf. Wieder runter. Ah, genau. Seitlich platziert, damit ich vielleicht da rankommen. Vorwärts rücken. Jetzt aber komm schon. So, jetzt. Boah. Sachen wachs. Dass ich mir nochmal die Testkammer... Und, äh, hier ist ne Türe. Oh, ich werde in den Fall echte Türe gehen. Ich habe nochmal geschaut. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist ja alles nur nachgesprochen. Ist ja bei der Folge. Folge 1, Folge 2 nicht. Oh, irgendwie. Wie spielt das sonst schon da? Wer in der Hölle hat diese letzte Wahrheit? Aber irgendwie die Leute sind irgendwie leise. Wer hat diese... Die solche Testkammerle... Nicht zu einer Art Elsen-Wunderland-Abenteuer, wo man noch nicht weiß, ob diese Tests sollen machbar sein. Zumindest bis zur 14. Testkammer. Ah, okay. Ist das hier bei der 13. glaube ich? Ja. Also die Tests sollen machbar sein, hätte er noch gesagt. Zumindest bis zur 14. Testkammer. Gerne. Wie sowas habe ich bestimmt gesagt. Keine Ahnung. Weiß gar nicht mehr genau. Wieso? Da rum. Ich verzeihe dir. Könnten Sie bitte herkommen? Nein. Er ist auf den Q. Er ist auf den Q. Nice. So. Einmal durch. Dann auf den Button das drauflegen. Und warten bis ich weitermache. Was mache ich da eigentlich? Jetzt sehe ich es überhaupt nicht mehr, weil es schon ein Standbild ist. Jetzt sehe ich es wieder. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Warum tue ich das? Ich will irgendwie... Ja genau das würde ich quasi machen. Warum weiß kein Schwein? Ich glaube ich dachte ich kann das vielleicht auch irgendwie hoch. Mann. 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 Damit man wirklich keinen Schwung aufbauen kann, ist es an der Stelle rausgemacht. Man kann da wirklich gar nicht rein. Ich kann einfach gar nicht rein. Ich kann einfach draufstehen und fliegt rein. Irgendwie lustig. Warum gehe ich nicht auf die zweite Druckplatte? Der hätte irgendwie noch einen zweiten Cube Ausschau gehalten. Und? Zack! Der beste Fall. Der Trick, den Skript. Die Portalguns sind da wie Bögen in der Art. Deswegen gucken sie mir die noch, wenn man so durchgeht, weil die Pfeile brauchen ja... Die da, die dieses Gundinger brauchen ja in der Weile, bis sie gelandet sind. In Portal 2 sind die Instant-Dardy-Portale, da kann man sich nicht so durchpacken. Leider, leider, leider... Leider, leider... Geh nochmal hoch. Und muss die Portale... Muss die... Hat die Portale... Hat die Portale dann nochmal unbesetzt? Weil ich mir das nicht so nahe... Weil ich mir das noch nahe machen wollte. Und das ist ja so... Ja... Habe ich in dem und da irgendeine Speichertaste rausgeholt? Keine Ahnung... Ja... Das war's also übrigens gar nicht so hoch. Das ist doch... Nein... Die Speichertaste benutzt... Das wäre... Das wäre... Krass... Was soll das? Die zweite... Was soll ich warum ich die so weit vorgetragen habe? Gute Frage. Die andere Schöne ist aufgefallen. Das habe ich doch gesehen. Ich habe gedacht, das hätte ich nicht gesehen. Also das ist die Ungefallen. Das hätte ich nicht gesehen. Da bin ich nicht total durchgegangen, weil ich ihm das habe. So... Einmal rauf... Dann... Da drauf... Dann da drauf... Dann hoffen, dass... Das Bild gleich bei mir auch weiter geht. Ich habe euch... Würde ich trotzdem von mir... Und ihr seht auch weiterhin das normale Bild... Aber ich nicht. Standard... Ach... Ich hier wie im Portal schießt... Was darf ich das schon wieder? Das ist gut am Neustart. Ah... Ich habe gar keine Lust das Programm noch zu starten. Ich habe keine Lust das Programm noch zu starten. Ich habe keine Lust das Programm noch zu starten. 3... 2... 1... Na gut. Das gleich. Beziehungsweise bis wenn ihr es übernächst geschafft habt... Du hör weiter und kommentieren, bis es eigentlich vorbei ist. Ich kann nicht mal aufhören zu kommentieren. Wenn ich schließe, dann muss ich wieder komplett neu kommentieren. Ich höre schon wieder, es sind nur so Abschnitte. Auf Antwort des Programms warten. Ich habe richtig schlimm bei dem Witz hier gefühlt. Schauen wir, ob ich das noch retten kann. Oh. Oh. Okay. Ich beende einfach mal ganz viele Sachen, die hier noch laufen. Was kann ich hier noch beenden? Datenträger, Datenträger, Datenträger. Die Datenträger ausgelastet und der Kopf nicht nach und das Programm ist dann zu dumm. Richtig schlimm. Ich will genau mal kommentieren. So es aussieht, muss das Ding doch ganz kommentieren, ohne dass ich überhaupt noch was sehe. Der wird die auch nochmal automatisch beenden, wenn das Ding fertig abgelaufen ist. Und das hat sie mir selbst erwartet. Aber ich freue mich natürlich für mich, ich freue mich. Ich mache jetzt einfach mal mit davon auf Stumm und lasse mich drüben lachen. Ich freue mich noch mal mit dem. Das ist der Mist. Ähm, der hat mir gesagt, dass er heulen kann. Dann... ...m... ...weil uns... ...next in Aufnahmen, ne? Und...jo. Oh 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 10-Sorption Mann, was ist das? Ne, lass mich wissen Nö, der Seh ich jetzt nicht Ich bin jetzt hier Wieso? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Who the hell created that last trip? It was supposed to be the 12th test chamber. Not a kind of analysis and ventures in wonderland. I don't know. But these tests are supposed to be the last. At least I'm going to the 14th test chamber. Okay. I'm not bad. 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 I'm not bad.